Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde ihr seht es schon, heute gibt es mal ein richtig heftiges Special Video und zwar sind wir hier zu viert, einmal mit Porky, einmal mit Jonas und einmal mit Brawl Stars. Moin moin. Moin. Hallo. Genau Freunde wir sind heute alle auf dem Supercell Death Build und werden heute ein Stu vs. Stu vs. Stu vs. Stu aufnehmen. Es ist auf jeden Fall sehr sehr wild, wir haben alle sozusagen den neuen Brawler der noch nicht am Start ist, mega mega heftig und werden genau 4 Showdown Games spielen, jeder darf eine Map bestimmen und wir werden dann eben schauen wer von uns ist der beste Stu. Ich bin auf jeden Fall mal sehr sehr gespannt, Bots sind auch aktiviert, genau jeder darf quasi nach der Reihe eine Map bestimmen, ich würde sagen wir starten einfach mal los, die erste Map darf mal hier Pookie bestimmen würde ich sagen. Also nochmal übrigens wichtig, die Platzierung zählt, also auch Platz 10 gibt dann natürlich sehr wenig Punkte, also die Bots sind sozusagen auch Platzierungen sozusagen. Oh ich bin so gespannt, ich hab den halt wirklich nur 3-4 Runden gegen Bots gespielt bis jetzt und das war's. Och der ist auf deiner Seite gespawnt, oh Junge Lukas du hast so lucky den hast gewählt. Let's go man. Junge der ist so hart auf deiner Seite gespawnt, das war einfach Zufall. Dieses Gadget sieht so heftig aus. Oh nein 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 nicht so, nicht so, nicht diesen Leute. Ooooh, oder, Notcast, tschüssi. Von mir sollte man auch Angst haben jetzt mittlerweile. Wie viele Cubes hast du denn? Ich hab jetzt neun Cube, sieben. Hä, wieso hab ich denn nur einen? Dinger, ich hab da so'n Lack oben waren einfach nur zwei Kisten, da waren robber mit Fünf, also, das war mega easy. Okay, Alter, ich seh es schon, ich seh ich schon kommen, es wird hier ne SchwitzerRunde. Ich glaube, wenn man dann in so ein Showdown-Game geht, dann hat dann einfach jeder so. Ja, safe. Stimmt, das ist auf jeden Fall, Broder WTF. Stimmt, ja. Ja, ab 10.000. Oh, lol. Sie da übergewichtelt werden. Tja, Lukas, jetzt ist der Tower hier weg. Was willst du jetzt machen? Ganz ehrlich. Ich habe noch einen. Digga, ihr geht beide auf mich. Hallo. Ja, okay, okay, okay. Hey, was? Jonas, was soll das? Oh, Jürgen. Jonas, ich habe mehr Cubes als du, ne? Wenn ich aggressiv auf dich gehe. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur gesagt haben, hier, Jonas. Was wird das denn jetzt? Ey. Alter. Nein, 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 nein. In meine Station direkt wieder kaputt. Okay. Okay. Ja, kommt. Alle auf mich hier. Auf geht's. Ich glaube, lieber Lukas als Kalt kriegen sollen. Let's go. Okay. Das macht Bock. Das hat echt Bock mit der Bra. Okay, Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, die Punkte eingeblendet, ne? Und ich würde sagen, die nächste Map kann sich aussuchen Jonas. Okay, da bin ich schon mal gespannt. Na, wie es ausgehen wird. Mal schauen, mal schauen. Diese Gertels muss man sich halt echt aufheben, ne? Ich glaube, ich sollte am Anfang auch mal auf Kisten gehen und nicht mal versuchen. Jonas, ich bleibe. Ich versuche mich zu nerven, hier. Was ist das denn? Ja, ich verstehe es dir selbst nicht. Ja, mit den Kisten. Was seht ihr hier? Nur am Nerven hier. Der Brocard. Der Brocard. Da gehen wir raus. Oh, Jonas, let's go, Jonas. Junge, das ist nicht mehr. Was? Hab ich es. Hol Lukas weg. Ah, nein. Oh nein. Nein, was? Oh, ich würde den Degel abräumen. Digga. Wer lebt denn noch? Zwei Pots, glaube ich. Ach, echt jetzt? Joho. Oh nein. Aber ich muss ja noch Erster werden, dass ich die maximalen Punkte bekomme. Ja, ja, stimmt. Ja, ich füge es mal. Vielleicht habe ich das. Ja, das ist füge ich. Oh, mein Gott. Okay, GG. Nice. Dann würde ich sagen, die nächste Map darf sich dann Brocard auswählen. Ja, die Map ist halt so der Sache. Ich bin richtig am Arzt. Kalkuliert, ist kalkuliert, Leute. Ich habe gerade überlegt, gehe ich jetzt zu Brocard, äh, inz. Juni oder zu Jonas. Ich habe mich ganz klar zu Brocard. Nein, mach mal nicht. Mach mal nicht. Ja, alles taktisch. Alles taktisch. Junge, die Bots sind ja übel unheimlich teilweise. Ich wurde von Bot. Die Hausat, die uns draußen verstecken sich in Würz, die Kämpfer, die deine. LOL, den Brocard hast du noch gekillt. Ich sage, die sind unheimlich. Ey, der Dynamite ist sowas von Pump, Mann. Passt auf, passt auf. Ich sage, die sind unheimlich, die Bords. Nein. Ja, nein. Nein, 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 nein. Ich dachte nur, ah, Alter, ich habe gedacht, mit Glück, so, erwischt du mich einfach nicht. Oh, mein Gott. Oh, LOL. Ginging, GG. Sehr, sehr, sehr krass. Okay, Freunde, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, die letzte Map darf ich mir da noch auswählen. Die Mitte sieht lecker aus. Das stimmt, das stimmt. Das ist vielleicht doch nicht so die sichere Mitte. Nee, weil darum wird sich jetzt jeder klappen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, oder was geht dir, oder? Kein Bock auf den Fight, ich gehe mal weg. Kein Bock auf den Fight, ich gehe mal weg. So ein Ding ist das. Und dann, direkt danach geht der was voll an. Nein! Oh, shit! Okay. Das war Karma, Jonas. Das haben wir gesponsorgen. So, jetzt wird rasiert, jetzt werden hier die Bons gerackt. Also, meine Taktik in dem Game ist, Konflikte vermeiden. Sagst du während du aufbeschießt, Alter. Ja, das ist echt so. Taktik fehlgeschlagen. Ja, irgendwie schon. Konflikte vermeiden! Nein! Oh nein! Was? Das kann doch nicht sein. Ich bin einfach an dem Feuer gestorben. Jetzt der Bot. Komm! Mit dir! Oh mein Gott, krank. Oh shit, krass. GG. Ich hatte mehr Leben und mehr Cubes, Mann. Wie? Kein Plan. Aber ich muss sagen, es sah ziemlich gut für Pukki aus. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gewonnen hat eigentlich. Aber wir können ja noch alles oder Orhan spielen zum Schluss, oder? Ja, okay, komm, dann lass das machen. Machen wir noch mal eine Runde, alles oder Orhan. Was genau ist, alles oder Orhan? Also, okay. Ich dachte, ich frage einfach mal. Das ist ein neuer Modus. Also, das zählt jetzt noch für Punkte dazu, oder wie? Ja, das zählt noch dazu. Okay. Also, vor allem, wenn man so Platz 10 jetzt wäre, würde es ja nochmal einiges ausmachen. Ja, ich will nicht Platz 10 werden. Oh, ich hab Lecks, Alter. Huiuiui, hol da die Waldfee. Sehe ich mich? Jawohl. Oh nein, die Mitte ist schon weg. Lieber weg. Oh, Lukas! Oh mein Gott, Jürgen. Äh, Moin, Jonas. Konflikte vermeiden. Ja, jetzt doch nicht mehr. Das war letzte Runde. Jetzt ist Aggro. Junge, ich will die Cues von dieser Box. Ich will die ja haben, Junge. Was ist denn mit dir? Nein, Mann. Let's go, Mann. Oh mein Gott. Wieso habe ich immer weniger Cubes als dir? Das hasse ich. Wie viel hast du denn? Ich weiß gerade auch nicht, warum du hier mit den großen Hunden pinkeln willst. Ich verstehe es ja nicht, aber... So. Ich schreibe mich, wo die Jungs hier sind, eigentlich. Och, Junge. Das sind die sehr gute Hunde. Oh, Jonas. Ey, wo seid ihr denn alle? Sag doch mal. Ach, guck mal, Jonas. Lecker. Hier noch ein paar Cubes mitgenommen. Weg. Aber so klar, dass ich mich dann auch kenne. Dreckig, Alter. Hol den dir. Hol den dir. Wo ist er? Na, los. Jürgen. Uh! Jürgen, dieser Schrei, Alter. Moin! Oh nein! Ja! Okay, okay. Wir kommen ja zum... Oh, Bro, ganz vorbei. Ja, nein! Oh, mein Gott. Alles erreicht. Alles. Ja, sehr, sehr krass, Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, wer hier gewonnen hat. Alle punkten. Ich weiß gerade dann doch nicht, aber... Doch, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe drei Wins. Aber das war dann halt erst. Ja, stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geiles Video. Wie gesagt, checkt alle ab. Lasst doch mal ein Like da. Wir sehen uns und damit. Ciao. 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 Ciao.